In der Kerstvakantie, elterdach um 5 Uhr und in das Weekend um 4 Uhr auf Nickelodeon. Nickelodeons Halloween Spezial, heute um halb 12 Uhr auf Nickelodeon. Größte Beyblade-Abenteuer aller Zeiten. Beyblade, der Film die Legende von Atlantis. Diesen Samstag um 17 Uhr bei Nickelodeon. Marathon, diesen Samstag um 11.30 Uhr nur bei Nickelodeon. Elk weekend um 15 Uhr auf Nickelodeon. The Wings Club Special, hoe het allemaal begon. Zondag um 5 Uhr über halb 4 Uhr, allein auf Nickelodeon. Tegelingen von Drew Jackson. Vanaf volgend weekend, ieder weekend um 10 Uhr auf Nickelodeon. Das Halloween Spezial. Diesen Samstag um 11.30 Uhr nur bei Nickelodeon. Das Genie Wochenende, Samstag und Sonntag ab 11.45 Uhr nur bei Nickelodeon. Sabrina, total verhext die neue Serie. Montag bis Freitag um 19.50 Uhr bei Nickelodeon. Sabrina, total verhext die neuen Folgen. Montag bis Freitag um 19.50 Uhr bei Nickelodeon. Das Haus Anubis, am Montag um 18 Uhr nur bei Nickelodeon. Das Wings Club Special, die Rache der Twix. Nächsten Samstag um 16.10 Uhr bei Nickelodeon. Das Wings Club Special, die Rache der Twix. Nächsten Samstag um 16.10 Uhr und Sonntag um 12.10 Uhr nur bei Nickelodeon. Das Wings Club Special, wie alles begann. Nächsten Samstag um 16.10 Uhr und Sonntag um 12.10 Uhr nur bei Nickelodeon. Das Wings Club Special, Kampf um Magix. Nächsten Samstag um 16.10 Uhr und Sonntag um 13.45 Uhr nur bei Nickelodeon. S-Player bei FilmUp. Heute um 16.10 Uhr nur bei Nickelodeon. Die neuen Wings Club Special, Montag bis Freitag um 14.15 Uhr bei Nickelodeon. Die neuen Wings Club Special, die Rache der Twix. Nächsten Samstag um 16.10 Uhr und Sonntag um 12.00 Uhr nur bei Nickelodeon. Nächsten Samstag um 16.10 Uhr und Sonntag um 12.00 Uhr nur bei Nickelodeon. Kuladron-Wings Club Special, Montag um 16.10 Uhr und Sonntag um 21.00 Uhr,